Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Onlinehandel. Unseriöse Tradingplattformen erkennen. Vorsicht vor unseriösen Handelsplattformen im Internet. Anbieter ködern mit lukrativen Anlagegeschäften und Kursspekulationen. Kommt es zum Gewinn, verzögern sie jedoch die Auszahlung oder reagieren gar nicht mehr. Wie Anleger sich schützen können. Diese Informationen stammen von der Webseite www.verbraucherzentrale.de. Das Wichtigste in Kürze. Unseriöse Handelsplattformen ködern im Internet mit lukrativen Anlagegeschäften und Kursspekulationen. Nach anfänglichen Erfolgen beklagen viele Anleger nur noch Verluste. Bei Gewinnen verzögern oder verweigern die Anbieter die Auszahlung oder reagieren schlichtweg einfach gar nicht mehr. Oft fehlen auf den Webseiten das Impressum und eine EU-Lizenz. Wir geben Tipps, wie sie unseriöse Tradingplattformen im Internet erkennen können. Also Aussage von der Verbraucherzentrale. Anbieter von Differenzkontrakten, also CFD, und die Versenmarkt, Forex Trading, ködern im Internet mit lukrativen Anlagegeschäften und satten Gewinnen. Nach anfänglichen Erfolgen verzeichnen viele Anleger jedoch nur noch Verluste. Die Auszahlung der Gewinne wird verweigert oder die Anbieter reagieren halt einfach überhaupt gar nicht mehr. Im schlimmsten Fall ist die Webseite komplett weg und man kann überhaupt gar nicht mehr irgendjemanden greifen. Die Telefonnummer, mit der ihr angerufen wurdet, die ist gespooft. Das heißt, eine Telefonnummer, die existiert nicht wirklich. Das ist eine gefälschte Telefonnummer. Ihr werdet einfach nur keinen Anschluss unter dieser Nummer hören. Oder im schlimmsten Fall sogar noch irgendjemanden privat dran haben, weil die Nummer tatsächlich funktioniert hat. Was sind Differenzkontrakte? Bei Differenzkontrakten, also Contracts for Difference, kurz CFD, spekulieren Anleger auf die Kursentwicklung eines bestimmten Basiswerts. Zum Beispiel eine Aktie oder Kryptowährung. CFDs sind hoch spekulativ und bergen hohe Verlustrisiken. Was ist ein diversen Markt? Beim diversen Handel, also Foreign- oder Exchange-Trading, kurz Forex-Trading, setzen Anleger auf Veränderung von Wechselkursen. Depos oder Deposits zum Handel kann man verschiedene Trading-Plattformen eröffnen. Also das heißt im Grunde genommen, dass ihr auf Kursschwankungen wechselt oder setzt. Entweder einen fallenden oder einen steigenden Kurs. Je nachdem, auf das man gesetzt hat, also ihr wettet jetzt zum Beispiel der Kurs fällt, dann gewinnt ihr das, was fällt. Prozentual gesehen auf den Einsatz, den ihr getätigt habt. Genau das gleiche auch bei steigenden Kursen. Das heißt, man kann bei einem runterrauschenden Kurs Gewinne machen oder eben auch bei einem steigenden Kurs. Entwickelt sich der Kurs allerdings in die entgegengesetzte Richtung, auf das ihr gesetzt habt. Dann ist die Kohle weg. Bedeutet, ihr habt eine Chance von 50 zu 50. Alte Masche mit neuen Produkten. Die Masche mit den Trading-Plattformen, Anlegerlocken, sind oft ähnlich. Anfangs wird ein kleines Startkapital von meist 250 Euro oder Dollar gefordert. Anleger berichten, dass sie zunächst Gewinne machen und einen persönlichen Broker haben, der sie davon überzeugt habe. Mit höheren Einzahlungen noch mehr Gewinne zu erzielen. Sobald dann eine höhere Summe auf dem Konto der Online-Handelsplattform eingegangen ist, fangen die Probleme an. Die Auszahlung von Guthaben wird verschleppt und die persönlichen Broker sind dann meist nicht mehr erreichbar. Oder sie belästigen die Anleger, die aus dem Handel aussteigen möchten, mit Telefonanrufen. Seriosität vorgetäuscht. Mit aufwendigen Internetseiten, die persönliche Erfolgsgeschichten erzählen, prominenten Namen oder die Verwendung von Logos bekannter Medien, täuschen die Anbieter Seriosität vor. Ein Impressum gibt es auf den Seiten hingegen meistens nicht. Oder es ist schlichtweg gefälscht. Da etliche dieser Plattformen im Ausland registriert sind, haben Verbraucher kaum eine Chance, an ihr Geld zu kommen. Schon das Recht, wenn ihr auf irgendein Kryptowallet Geld aufgeladen habt. Zum Beispiel über einen Anbieter wie Moonpay oder Coinbase, was erstmal grundsätzlich seriöse Anbieter sind. Aber wenn ihr auf einen Kryptowallet einzahlt, dann ist das Geld nicht mehr für euch greifbar. Es ist nicht mehr rückvollziehbar, wenn man das Geld von dem Kryptowallet, wo ihr das drauf überwiesen habt, vielleicht noch über mehrere andere Kryptowallets geht. Die Kohle ist einfach schlichtweg weg. Denn die Kryptogeld-Geschichte funktioniert komplett dezentral. Das heißt, es gibt keine Server, wo irgendwas registriert wird. Es gibt keine Listen, bei denen man jede Transaktion irgendwie nachvollziehen kann. Also quasi einen Kontoauszug. Den gibt es für euch persönlich, vielleicht bei dem einen oder anderen Anbieter. Aber öffentlich einsehbar sind die in der Regel nicht. Es gibt auch keine Möglichkeiten, da dran zu kommen, da es letztendlich alles dezentral ist. Man kann sogar ein Kryptoportmanee auf einem USB-Stick haben oder direkt auf eurem Handy oder auf eurem PC. Und was auch Fakt ist, das Geld, was ihr auf eurem PC habt in dem Kryptowallet, solltet ihr ein zweites Kryptowallet besitzen, ist nicht das gleiche Geld wie auf dem Handy. Das heißt, das sind zwei verschiedene Konten, die man da hat. Und privat, es ist bei dir zu Hause, auf eurem Rechner, auf eurem Gerät. Kann auch online sein, in irgendeiner Cloud. Aber grundsätzlich sind Krypto-Geldgeschichten in den allermeisten Formen dezentral und nicht nachvollziehbar. Es gibt Ausnahmen, das gibt es überall. Aber grundsätzlich, wer mit Krypto bezahlt, ist sein Geld definitiv für immer los. Nach Verboten weichen Anbieter auf neue Produkte aus. Nachdem die Bundesanstalten für Finanzdienstleistungen, also die BaFin und die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, also die ESMA, den Vertrieb mit binären Optionen an Privatanleger verboten hat, wechseln manche Anbieter offensichtlich einfach zu CFDs und Forex Trading. Teilweise tauchen hier nun dieselben Anbieternamen wieder auf. Unseriöse Handelsplattformen erkennen? Wie genau? Damit sie oder ihr euch vor unseriösen Trading-Plattformen schützen könnt, gibt es viele kleine Punkte, auf die man aufpassen kann. Zum Beispiel die EU-Lizenz. Die BaFin warnt vor Geschäften mit Differenzkontrakten. Schaut einfach direkt auf der Webseite der BaFin vorbei und schaut, ob das Unternehmen dort schon geführt ist. Das ist negativ wie positiv. Es gibt bei der BaFin auch eine öffentliche Liste, wo ihr eine Lizenznummer eintragen könnt, um dann zu schauen, ob diese Firma überhaupt existiert und reguliert wird. Das heißt, schaut auf der Webseite vorbei, auf der ihr handeln möchtet, kopiert euch die BaFin oder die Lizenznummer raus und schaut bei der entsprechenden Plattform, die das reguliert, ob das überhaupt stimmt. Impressum. Prüft, ob die Online-Handelsplattform ein Impressum besitzt. Tut sie das nicht, sollte sie auf jeden Fall nicht seriös sein. Denn wer kein Impressum besitzt oder ein leeres Impressum hat, wo nur ein Kontaktformular steht, nicht mal eine E-Mail-Adresse, sondern einfach schlichtweg nur ein plumpes, einfaches Formular, wo ihr was eingeben könnt, dem Unternehmen solltet ihr auf keinen Fall vertrauen. Kontaktdaten. Im Impressum müssen auf jeden Fall Kontaktdaten stehen. Und wer denn hier der Vertretungsberechtigte dieser Firma ist, steht das dort nicht. Keine E-Mail-Adresse, keine Adresse, keine Telefonnummer. Dann ist wohl mit diesem Unternehmen irgendwas nicht in Ordnung. Anrufe aus dem Ausland. Da sollte man definitiv auch aufpassen. Viele Betrüger ja umgehen das Ganze einfach, indem sie nicht mit ausländischen Rufnummern anrufen, sondern Berlin bei euch im Display steht. Viele moderne Telefone zeigen ja schon direkt an, von wo der Anruf kommt. Weil das Telefon logischerweise ganz einfach an der Vorwahl erkennen kann, zu welchem Bundesland die Vorwahl gehört. Ist die Rufnummer allerdings gespooft, also gefälscht, also ausgedacht. Naja, dann steht da halt Berlin, aber die rufen euch trotzdem aus der Türkei oder von sonst wo aus an. Das ist ganz, ganz wichtig. Beim Registrieren auf unseriösen Trading-Plattformen muss man eben aufpassen. Allerdings muss man selbst seine Nummer dort angeben. Und sobald ihr eure Nummer angegeben habt, teilweise sogar noch nicht mal gespeichert, also noch nicht mal weitergedrückt, wird die Rufnummer schon übermittelt. Tja, und in vielen Fällen klingelt direkt das Telefon. Das deutet auf jeden Fall auf eine unseriöse Firma hin. Denn keine Firma ruft euch einfach so ungefragt an. Und da reicht auch kein Häkchen im Internet. Es muss erstmal euer Telefon klingeln und ein Automat danach fragen, ob ihr das möchtet. Und dann bestätigt ihr das. Und damit ist diese Leitung legitimiert. Es gibt noch einen Umweg über die Schriftformen. Das heißt, man kann das Ganze per Unterschrift bestätigen, dass das eure Telefonnummer ist. Dann gilt das Ganze genauso. Allerdings, naja, gut, ihr könnt für viele Nummern unterschreiben. Und die Unterschrift, ob die echt ist, das prüft nachher auch keiner mehr nach. Von daher geht am besten bei unbekannten Nummern, wenn ihr keinen Anruf erwartet, einfach direkt gar nicht ran. Oder verplempert deren Zeit und hört erstmal zu. Aber da muss man halt vorsichtig sein. Viele lassen sich dann doch belatschern. Es gibt viele verschiedene Varianten, warum man auf solchen Betrug reinfällt. Geldnot, das fehlende Wissen, fehlende Intelligenz. Manche Menschen sind halt einfach eingeschränkt. Ja, und dann gibt es halt noch Naivität. Man muss halt einfach vorsichtig sein, wenn man auf dem, tja, Markt des Internets unterwegs ist. Das betrifft nicht nur Handelsplattformen, das betrifft auch das Einkaufen an sich. Man sollte immer schauen, auf was für eine Webseite man sich bewegt. Ist es eine bekannte Webseite? Ist es eine neue Webseite? Ja, also umso mehr Leute die Webseite kennen und positiv darüber berichten, umso mehr findet man auch Positives im Internet. Und umso eher kann man da auch was kaufen oder investieren. Denn ansonsten sollte man immer, also wirklich immer, seine Finger davon lassen. Das Problem ist, habt ihr eure Telefonnummer einmal in so einem Datensumpf eingetragen, dann wird es sich nicht vermeiden lassen, dass das Telefon weiter und weiter und weiter klingelt. In den Kommentaren schreibt ihr mir immer wieder, na, ich blockiere doch die Nummer, dann ist doch Ruhe. Ja, das kann sein. Das betrifft aber eher die legalen Maschen, die euch anrufen. Also es gibt ja auch legale Werbeanrufe. Die kann man damit wegblockieren. Aber wenn man seine Rufnummer fälscht und was Falsches im Display steht und das gar nicht die Nummer ist, mit der man euch gerade anruft, naja, dann könnt ihr die Nummer so viel blockieren und sperren, wie ihr wollt. Wenn die beim nächsten Mal mit einer neuen Nummer anrufen, tja, dann rufen sie halt wieder an. Und dann hilft auch eine Blockierung nichts. Es gibt in den Tele- oder in euren Handys zumindest die Möglichkeit, einfach alle unbekannten Nummern zu sperren und nur noch Kontakte zuzulassen. Hat aber allerdings immer den üblen Beigeschmack. Es gibt auch immer Situationen, wo man nicht unbedingt nur von seinen Kontakten angerufen wird. Oder eben auch ein Kontakt vielleicht mal seine Nummer wechselt, ohne dass ihr das gleich mitbekommen habt. Und dann kommt die SMS mit der Benachrichtigung, dass, hey, ich habe eine neue Nummer, kommt dann nicht durch. Außer wenn man WhatsApp nutzt. Wichtig ist, dass man da ganz, ganz weit die Augen aufhaben muss im Internet. Denn, tja, heutzutage wird man beschissen, wo es nur geht. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein bisschen weiterhelfen konnte und aufklären konnte. Und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf so eine Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es eben diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso mehr Menschen werden wir vor diesen Maschen schützen. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und auch klar ist, dass wir nie ganz verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Aber es gibt sie allerdings, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld und eurer Familie. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne jetzt noch auf das letzte Video oder gleich die komplette Playlist, um sich mit allen Betrugsmaschen schon mal vorsorglich einzudecken. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.